täglich kommen vier bis fünf lkws mit flachglas jeder lkw hat circa 25 tonnen glas dabei diese scheiben in die größen drei meter 21 auf sechs meter werden dann in das lager verfrachtet und weiterverarbeitet aus dem lager wird das glas auf den schneitisch gelegt dort wird es maschinell zugeschnitten anschließend wird das glas in die fächer wegen transportiert hier sieht man die nächsten scheiben des nächsten kunden diese werden bearbeitet über das cnc bearbeitungszentrum diese werden durch den glassauger auf das gerät gelegt und über die cnc sprache programmiert was der kunde genau haben möchte dies wird über 40 verschiedenen diamant schleifgeräten millimeter genau bearbeitet gläser werden zuerst gewaschen und dann in den reinraum transportiert in dem reinraum wird die folie zwischen den gläsern positioniert danach wird das glas in den vorverwundsofen mit druck zusammengepresst in diesem autograv wird das glas und die folie dauerhaft verbunden dies geschieht durch einen druck von 10 bar einer temperatur von circa 135 grad und einer haltezeit von circa vier stunden danach ist das glas ein verbund sicherheitsglas zur eigenüberwachung und zur qualitätssicherung wird eine kugel von 1000 gramm von einer höhe von viereinhalb metern in diesem rohr auf ein verbund sicherheitsglas von sechs millimetern dicke fallen gelassen das bruchbild wird überprüft und dokumentiert bis zum nächsten mal bis zum nächsten mal bis zum nächsten mal Untertitelung des ZDF, 2020